So, Hallihallo zurück, Folge 22 und wir haben gerade diesen blöden Terrorangriff zurückgeschlagen. Äh, ja, passiert ja nächste Runde hier, Covered Operation, Council Report, Satelliten... Die brauche ich wahrscheinlich gar nicht mehr, naja, egal. Achso, ich kriege auch noch ein Satellit, äh, müssen doch, wenn ihr einen Thermo-Generator fettet, noch ein Satelliten-Nexus bauen, sozusagen. Ähm, ja, Scan-Fuck-Activity. Mein Thermo-Generator... Jihau! Satelliten-Generator online. Carry on. Kann ich jetzt... Mann, ich hab gar kein Geld, ne? Äh, Build-Facilities. So, jetzt würde ich eigentlich gern einen Satelliten-Nexus mal dahin bauen. Gut, nicht. Wenn ich den ablegen, kann ich dann halt nur bauen, wenn ich wieder 100 hab. Werden, glaub ich, erst mal ein bisschen Platz mit meiner Energie. Weise. Wie würde der abrir jetzt�? Die dritte üretigen reegenden Reiram FIRSTams. Die hábe Abductions in der Workrise in jЭ�� buattsam. Geht ihr mit televisieren? deutschland mexikoum auch nur ich will jetzt nicht amerika nehmen müssen es ist doof ich brauche die ingenieure wir müssen noch ein paar leute erstens rekrutieren und außerdem veronique haben wir denn hier das ist das fox immer wortzen haben wir keine sorge die kopie ja den können wir noch nehmen es nicht so mit namen ach so ich weiß ach gott keine ahnung wie so geschrieben wird ich meine die tussi aus scrubs so die hat herr karl die hat aber blonder hau nein nicht die frisur die hat doch mal so ne frisur herr karl irgendwas in der richtigen hat sie glaube ich richtig blond ist sie glaube ich nicht irgendwas das so ist vielleicht das ja 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 Ah, das ist noch jemand, den ich kenne. So. 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 Ich hätte gern irgendwie eine Option, die zu drehen. Das fehlt mir irgendwie. Hm, ich nehme mir das zweite, ich weiß nicht, weil das ein bisschen länger oder das kürzerer ist. Ähm, aber Deko. Nein, das stimmt. Ich habe die Rotfeder eigentlich mal wieder drin. Ach, ich glaube, ich habe nicht genug Kerle dafür, oder? Ähm, 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 non-Reaperman. Nein, ganz aber. So. Ich habe gar keinen Rotfeder momentan dabei. Ist ein Memorial drin? Reaperman, ja, brown, rotz-inter-so-fucks. Ne, ich habe Rotfeder gar nicht reingenommen. Äh, okay. Okay, alien abductions Berlin-Germany, confirm, clear unit, clear unit, edit read and monarchy. Edit unit, load out, that's, that's zumindest. Edit unit, load out. Ah, wenn du was lustiger aussiehst. Ah, uncovered operation, hehehe. Das ist nicht ungünstig. Äh, Leben. 56. 60, dann kannst du sogar load out, die beste Kanone. Edit unit, load out. Ich muss erinnern, deswegen kriegst du die, die Laserpistol, weil die andere hat schon die beste Waffe. Was ist hier in dem? Schön. Der ja auch. Hässlich. Hässlich. Load out. Die Arme kriegen. Customize. So. Gupi. Load out. Moment mal, edit unit, 74, edit unit, 59. Okay, Arcthrower, edit unit, load out. Richtige Aliengranate. Und du kriegst das. Dann bist du noch besser Trost. Scuddy Watson. So, es ist nicht das perfekte Team. Schon wieder mit 4 Heavys. 4 Heavys und 2. 4 Heavys und 2. Ich hoffe, ich kriegst trotzdem ein bisschen vorsichtiges Spiel jetzt. Auf das Melt verzichten. Wahrscheinlich. Nein, gar nicht. Beginn ist fort. Unser Target-Sitz ist auch die deutsches Grenze. Aliens fortsetzen, die Zivilien für ein... Abductions sind denn welche in den Führungen weiss gar nicht. Jetzt wird es bis sie nicht abgestürzt sein. so nach dem absturz mal wieder zurück ich wollte mir alles neu einstellen sieht aber so aus das customer ist schön im blatt pink und du das 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 so äh a do dot 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 No doubt, Arc Thrower I need to customize that I need to load out So, versuchen wir es jetzt nochmal Penis holt Du kriegst sogar ein anderes Anderes Kampfbereit Einen anderen Kampfbereit man deutsch reden ist schwer Wenn man es nicht kann So Roger, Big Sky Reden euch 5x5 Strike 1 hat die grüne Licht für Deployment So, fu fu Oh Ich nehm die die bisschen wertloser sind zuerst Oh Gott, sie läuft ja nicht weit Wie kann ich Leute umdrehen, das fehlt mir irgendwie immer noch Ich mach mich los Ich mach mich los Stücke aus Was hast du dabei? Wo ist ein Arc Thrower dabei? Na egal Irgendwie ist da rum Irgendwie ist da rum So an zwei Seiten sozusagen in das Haus reingehen So ein Kfz Werkstatt oder irgendwo sowas wo ich hier bin Das ist ja mal cool Auch wieder sehr klein Aber da stehen wir auch irgendwie hier im Haus Fahrzeuge und sowas Fähle ich ganz nice Hier ist ne halbe Deckung hier Hier ist nix Hier ist hier nach oben weiter anscheinend Das klingt ja schon mal sehr schräg Okay Das war zu weit Da stehe ich wieder super ungünstig Wieso haben wir ja klar, dass die jetzt nicht schießen Oh, nie treffen kann Gott sei Dank Der Arzt, der Arzt ist noch lebens Erstmal in volle Deckung gehen Ich könnte dich jetzt auch Wenn ich andere rumdrehen würde, könnte ich auch schießen Wollen Volle Deckung Dann könnte ich von da aus jemanden treffen Nein vielleicht kann sie jemanden treffen wenn sie hier rüber geht ja kann sie sogar 90 prozent da brauche ich auch nie versuchen 39 ist immer noch nicht perfekt jetzt erstmal in voller deckung ein bisschen verteilt mit ansprung schwierig trifft die wand und trifft mich trotzdem nein auch mail der entdeckung meine güte 49 61 61 ich wollte die 61er jawohl einer tot 42 bei der gar kein holo tatsch ding So gut. Lass mal heilen. Dann stirbt die mir hier noch. 64. Das hört sich mal besser an. Ist der auch weg? Ich bin nicht auf der Seite. Ich bin nicht auf der Seite. Nee, der geht auch. Overwatch und sie auch. Momentan läuft es gerade ganz gut. Aber ich bin wieder zu langsam für mein Mild. Naja. Ich benutze es eh nie so oft. Ach, natürlich vergiften sie meine Leute. Aber nur eine. Oh, gleich beide Milds. In Sicht in Anführungsstrichen. Und er hat nur einen vergiftet. Jawoll. Hier, guck, die räumt ja einen nach dem anderen weg. So. So. Was ist dashing? Aber die kommt ja überhaupt nie weit. Müssen wir hier rüber, um die dann heilen zu lassen von der anderen Tosi. Okay. Sonst... Sonst... ...wird... ...vieh viel Gift-Schaden. So. So. Jetzt soll ich aber... ...keinen Schaden mehr nehmen. Und das waren die einfachen Gegner. Sehr gut. Ich wollte eigentlich noch mal hier rüber gucken. Ich wollte eigentlich nochmal hier rüber gucken. So. Ich muss mir diesen mit. Kann das vielleicht mal nachladen. Sicherheitshalber. We agreed to go. Okay, hier geht's irgendwo noch hoch, aber da ist glaube ich nix großartiges. Ah, das war die Falsche, naja, was soll's. Hm, eine Runde, ich müsste jetzt da hinkommen, glaub nicht, ich glaube nicht, kann ja bisschen rennen, wenn ich rennen würde. Da muss man nachladen, da hat man so viel weggeballert. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Ja, aber das ist das erste Mal vor mir. Hab ich hier bessere Deckung oder hab ich bessere Deckung? Da geh ich hier zuerst vor, würde ich sagen. Muss ich nicht bis dahin dashen. Oh shit. Schade. Bei so viel kann ich immer echt ne Sniper gebrauchen. Zehn Prozent. Das kann man sich mal getrost schenken, würde ich mal sagen. Schredderrakete, kriegt die überhaupt irgendwie dahin? Ne, das steht zu viel im Weg. Ne, das steht definitiv zu viel im Weg. Jawohl, Sir. Oh, dann hat Gesexen jetzt immer den Namen wie Schwein. Das ist übelst nervig. Bis dahin gehe, wir haben bestimmt ne Granate. Das ist grad so mein Problem. Das ist gleich bisschen, wenn ich dahin gehe wahrscheinlich. Ich muss hier rüber bauen. Oh oh. Schwein gehabt. Schwein gehabt. Schwein gehabt. Das ist auch hier rüber verlagert, natürlich ungünstig. Moment mal. Hm. Da stirbt eins schon an Explosionen. Wie wird sonst hab ich glaube ich schon. Hab ich schon eins gefangen? Ich glaube ich hab schon eins gefangen. Ich versuch das jetzt mal. Oder so. Dann stirbt's halt nur fast. Daneben. Hm. 15%. Yay. Karamba. Okay. 10. Und 10. 29. Ähm. Dann Overwatch. 9. Mhm. Jo. Genau. Guck mal auf Overwatch. Oh. Der hatte ja noch ne Runde. Aber das geht direkt hoch. Au. Au. Ich konnte es treffen. Aber nämlich eins ist tot. Das ist wahrscheinlich gar nicht das Kill für mich. nicht. Aber ich kann nicht lange nicht ohne Probleme. Ja. Kann ich. Aber ich treff's nicht. Ja. Ja. Verflucht. Diese Aussage trifft es sehr genau. Verflucht. 71. Komm jetzt noch. Bitte weg. Woll. Ich folge nur ein Stück weit. Geht ja lieber auf Overwatch glaube ich. Gibt auch noch glaube ich komplett mit Folgen. Und du hast recht. Du bist ja noch ewig weit hinten. Im Laufschritt. Womit kann ich jetzt am besten vorrufen. Ich denke ich nehme die erstmal hier hin. Ich glaube ich mit der mal hier außen vor. Oh. Muss ich diese Runde so weit rankommen. Dass ich dann. Komm ich aber glaube nie. Nie sinnvoll. Verstanden Commander. Mal sehen und probiert es kann. Oh shit. Oh shit. Wohl nicht. Ach du. Schande. Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Weil der kommt nicht mehr ansatzweise bis dahin. Ich hab den Autopi wieder zurückholen. Oder er hat ein Problem. Ich hab den Autopi wieder zurückholen. Auf. Das trifft nicht. Das hat auch getroffen. Das trifft wieder. Hat nur sieben Leben. Ich hab den Autopi wieder zurückgelegt. Und dann schießt ihn auf. Da ist ein riesen Teil. Ich kann das verfehlen. Oh oh. Oh nein. Nicht Kupi. Shit. mein einziger major ich dumm doof und so man 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 und 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 Suppress den mal, damit er hoffentlich nicht mehr wieder machen kann. Das wird mich so... abfacken, jetzt kriegt er wieder ein neues Schild, ich muss ihn schreddern und ich muss ihn in einer Runde wegkriegen. Und sie verschießt ihren Reflexschuss, schade, könnte das Ding wirklich mit mir den Boden aufwischen. Ohne meinen Snapper, der mir einen 10er Crit macht oder sowas, hab ich da echt ein Problem. Gut, das wird erstmal verschossen. Bist du nur einen mit Schradderraketen? Ja, nur einen mit Schradderraketen. Ich würde es gerne so treffen, dass die Leute möglichst nicht kaputt gehen. Schreddet. Sehr gut. Ach, fuck it. Ich muss nachladen. Vier Schaden, Wahnsinn. Komm, mach du mal ordentlich Damage. Oh, da steht ein riesen Vieh direkt vor dir. Triff! 55, das ist so lächerlich. Da kommt wieder ein Schild. Ne, kommt kein Schild. Ich bin hier auf den. Nein! Bin ich auch noch Hardcore 6 in die. Boah! Was? Das hat nicht getroffen! Boah! Fuck it. Damit habe ich zwei Leute in der Mission verloren. War nichts mehr zum Heilen. Hätte ich zwei Verluste in einer Mission. Jetzt kommen wir hin. Es ist Kulkenzeit. Alle Biterien sind bereit. Fak. Hm. Jetzt kommt es gut zurück. Wir haben täglich über die Säure und sicher, die Wälder in die Trage haben. Es ist ganz wichtig. Ja, das ist gar nicht so groß. auch wenn ich jetzt schnell genug gewinnen würde würde trotzdem ein timeout haben und dann sterben sozusagen ich werde mich ziemlich wahrscheinlich in der runde gestorben so dass very difficult wohl ernst nehmen das dasteht gerade wenn ich kein perfektes team habe sehr toll sehr toll heulander in mein einziger freundere ehrlich man Sie sind bereits da. Letzten mal nach und Sicherheitshalber. Und du. Ich hör dir die ganze Zeit was. Verarschen. Ich hab's aber irgendwas jetzt kurz gesehen. Aber. So, das zieht hinterher. Da war auch irgendwas zu sehen. Jetzt hier raus ist kein Problem. Da hinten irgendwo. Wahrscheinlich auch hier haben wir was zu sehen, wenn wir rumlaufen. Okay, das ist der, der verstärkt wird. Ich bin auf, Commander. Oh. Oh. Da kann ich einfach mal durchsehen. Dankeschön. Was ich da sehen kann, hab ich irgendwie nie so voll genommen. Oder nie so vermutet. Gut. Dann lass ich wohl doch mal hier hin gehen. Wenn die da unten irgendwo sind. Da sind immer noch zumindest zwei. Eher sogar drei. Okay. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Oh. Doch. es kommt irgendwie so viel es ist so übel was er plötzlich alles treffen wenn wir nicht erwartet dass er trifft muss ich ehrlich sagen toll alle verletzt wie die ausfälle 39 prozent normal treffer kohle kann ich auch ein suppression machen für den fall dass ich sie nicht totkrieg explodiert darin falls nicht totkrieg und natürlich zwei leute verloren ist immer noch gut was ist denn das von quatsch 2 so hochrangig folge 22 völlig verkackt und noch ein habe eine genug davon ich verstehe das nicht was das spiel mit heute sagen will wie will be in touch commander und stelle wird aber ich habe gar keinen so lieben hochen und tag er habe ich mich nicht klar es ist ein Lounge Satellite Lounge Satellite Das ist mir bewusst. Plasma Pistole. Assign your research. Ich kann jetzt meine Plasma Pistole nämlich benutzen, die ich bekommen habe. Hyperwave, Skeleton Suit, Plasma Cannon, Plasma Sniper, Heavy Plasma Erstmal den Skeleton Suit Mal kurz was im Grey Market verkaufen So ungefähr. Ich brauche nämlich noch ein paar Leute mehr. Higher Soldiers Ja, alles in Duty zurückgekommen ist ehrlich. Skeleton Suit, wait for manufacture Plasma Cannon, Plasma Sniper Heavy Plasma ist glaube ich das was ich brauche So, Coward Operation als nächstes Nochmal sehen Sand Extraction Squad Lounge Satellite Achso, ich möchte mich erstmal von euch verabschieden Das war Folge 22, die mich verkackt habe, wo ich noch ein bisschen drangehängt habe, ist egal Bis bald Und ich hoffe wir bleiben mir trotzdem treu, auch wenn jetzt mein Höchstrang gestorben ist Mal kurz